Und ich wollte einfach niemanden enttäuschen, weißt du, wie ich meine? Und das war für mich so meine Panik, dass ich gerade dachte, was ist, wenn ich alle enttäusche? Weil es dann nicht mehr nur um dich geht. Hi Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Jenny und für alle, die gerade neu dabei sind und noch gar nicht so genau wissen, wo sie hier gelandet sind, das ist der neue West Wing Video Podcast namens Gesprächsstoff. Und der ist nicht nur was für alle Designlovers, nein, hier ist wirklich für jeden was dabei, denn es dreht sich rund um die Themen des Lebens, also Beautiful Living, raus aus der Komfortzone. Es dreht sich alles um tägliche Challenges und Lösungen. Und wir wollen die Fragen des Lebens beantworten, indem wir Experten oder Expertinnen einladen, die uns die Antworten auf diese wichtigen Fragen bringen. Aber bevor wir in die Themen der jeweiligen Folgen einstarten, wollen wir natürlich unsere Gäste etwas besser kennenlernen. Sie dürfen sich nämlich ein persönliches Set-Styling wünschen. Heute sind wir sogar in einer Wohnung und vielleicht erkennt der ein oder andere von euch schon, wo wir heute sind. Dazu gleich mehr, aber erstmal zum heutigen Thema. Es dreht sich heute alles um Female Founding, also wie kriegt man Beruf und Familie und Privatleben alles unter einen Hut. Und deshalb freue ich mich natürlich sehr, dass ich heute hier mit der absoluten Expertin auf diesem Gebiet sitzen darf und ein bisschen quatschen darf und mehr von ihr erfahren darf. Und zwar sitze ich hier mit Delia LaChance. Danke, dass wir in deinem Wohnzimmer sein dürfen, liebe Delia, und dass du uns mit reinnimmst in dieses Thema und wir dich ein bisschen besser kennenlernen dürfen. Ja, ich freue mich auch sehr herzlich willkommen, liebe Jenny. Vielleicht stellst du dich an der Stelle einmal selber vor. Ja, sehr gern. Also ich bin Delia, ich bin die Gesunderin und Chief Creative Officer von Westwing. Ich bin fast 40 Jahre alt, fast. Das glaubt dir keiner, wirklich. Ich muss noch mal den Pass sehen. Und habe zwei kleine Kids und lebe zwischen München und Portugal. Das heißt, wir sind jetzt in meiner Münchner Wohnung und ich habe zu Hause mit meiner Family in Portugal ein Haus, wo wir auch viel Zeit verbringen. Wir sitzen ja hier schon in deinem Lieblingsort im Wohnzimmer. Warum hast du das Wohnzimmer ausgewählt? Für mich ist das Wohnzimmer der Ort, an dem die ganze Family zusammenkommt. Und das ist, würde ich sagen, neben der Küche auch der Ort, wo es die meiste Kommunikation gibt. Das Wohnzimmer ist, finde ich, auch so schön, weil ich finde, es ist einfach der Raum, wo man sich entspannen kann, wo man sich erholen kann. Und einfach so ein bisschen auch Batterien auftanken kann. Ja, absolut. Gibt es für dich irgendeinen Styling-Must-Have in deinem Wohnzimmer, auf das du nicht verzichten kannst? Was Styling angeht in meinem Wohnzimmer, ich liebe tatsächlich es im Wohnzimmer immer, meinen Couchtisch umzustylen. Ich finde es total nett, so mit kleinen Accessoires, auch mal so saisonale Akzente reinzubringen. Das heißt über, ja, Vasen, Schalen, Bücher, Stirrömmchen nenne ich es mal. Stirrömmchen! Stirrömmchen, also Dinge, die einfach nur da sind, weil sie halt schön sind. Warst du schon immer begeistert von Interior, von Design, einfach von einem tollen Zuhause oder kam das erst mit der Zeit? Ich habe tatsächlich das Thema Zuhause schon ganz früh irgendwie so schön erleben dürfen. Also meine Mama hat sich immer total viel Mühe georgeben, dass bei uns zu Hause schön ist und irgendwie, dass wir das auch, weißt du, so auf eine gewisse Art und Weise wertschätzen, dass wir dieses Zuhause haben und uns haben. Sprich, meine Mama hat halt, wenn wir abends gegessen haben, immer geschaut, dass vielleicht irgendwie eine nette Serviette auf den Tisch liegt und ein paar Blümchen aus dem Garten und so. Also nichts irgendwie gezwungenes oder so, aber dass man es einfach wertschätzt. Und das hat mich total geprägt. Wenn wir uns jetzt mal zurückversetzen in die Vergangenheit, wie können wir uns denn deine allererste Wohnung vorstellen oder vielleicht war es auch ein WG-Zimmer? Du hast mir vorhin erzählt, dass du aus einem kleineren Ort in Bayern kommst. Hattest du da schon eine eigene Wohnung oder kam das erst in München? Wie sah es da aus? Meine erste eigene Wohnung war in München. Ja. Das war ja so ein Studio-Apartment, würde ich sagen. Klein, aber irgendwie ganz süß. Und das war natürlich auch so für mich das erste Mal, wo ich mir dann so selbst Gedanken gemacht habe, wie könnte ich mich jetzt hier eigentlich einrichten? Aber hast du dich irgendwie entscheiden müssen zwischen entweder Bett oder Couch? Also das war bei mir immer das Thema. Ich hatte immer ein großes Bett in der Mitte des Zimmers. Ich hatte auch ein Studio-Apartment, das war meine erste Wohnung in München und auch in Berlin damals. Und ich habe mich immer fürs Bett entschieden. Und in einer Wohnung hatte ich so eine Rekamier in der Ecke, was dann so eine Zwischenlösung noch war zwischen der Couch. Oder wie war dein Zimmer eingerichtet? Ja, weißt du was, das ist total witzig. Bei mir war es auch so, ich hatte ein Bett, was relativ groß war, irgendwie so ein 1,40er-Bett oder so, wo man sich dann so cool findet, so nach dem Kinderzimmer, wenn du dann so ein großes Bett hast. Und dann hatte ich auch tatsächlich so eine Rekamier, die halt so klein war, aber die so irgendwie als Sofa funktioniert, aber die halt auch nicht so viel Platz deckt, weil man halt einfach nicht so viel Platz hat. Okay, dann können wir uns auf jeden Fall ein bisschen vorstellen, wie es damals bei dir aussah. Thema Female Leadership, Familie und Beruf. Du bist Mama, du bist Ehefrau, aber du bist auch Gründerin von West Wing. Wie war deine Schullaufbahn? Wie kann man sich das vorstellen? Also warst du früher fleißig in der Schule? Was sagst du immer in der ersten Reihe und hast geschnipst? Oder warst du eher so ein bisschen faul? Nee, Katastrophe. Also wirklich. Also ich glaube, meine Eltern, die freuen sich heute noch total, dass es irgendwie aus mir geworden ist. Weil ich glaube, als ich irgendwie so im Teenie-Alter war, die haben sich gerade gedacht, um Gottes willen. Nein, wirklich? Ja, ja. Also bei mir war es, ich war halt so eine Schülerin, wenn mich etwas interessiert hat, dann war ich auch relativ irgendwie okay und gut. Also ich fand irgendwie, ich habe mich immer für Literatur interessiert, deshalb ich fand irgendwie Deutsch interessant. Ich habe mich für, Erdkunde fand ich cool, Geschichte fand ich interessant, aber so Sachen wie Mathe, Physik und so weiter, das war für mich einfach so, nee. Und dann auch so wie Latein hatte ich einfach wirklich keinen Bock drauf, weil ich mir gerade dachte, was soll ich mit dem machen? Das hat für mich einfach keinen Singer gemacht. Und ja, deshalb war ich halt auch entsprechend schlecht und hatte dann öfters mal fünf, sechs und sowas. Wirklich? Ja, weil ich, das Lachen kam richtig aus der Tiefe, da hast du mich zurückerinnert. Ja, ich habe auf jeden Fall gar keinen Bock gehabt. Aber ich kann mich total damit identifizieren, weil ich war auch immer nur motiviert in den Fächern, die mich interessiert haben. Deswegen habe ich auch nicht studiert, weil ich mir dachte, ich kann mich da nicht begeistern für BWL über drei Jahre lang, das kann ich nicht faken. Aber wann kam dann der Fokus bei dir? Also wann kam der Moment, wo du wusstest, okay, das ist es, was ich machen möchte und hier kann ich mich wirklich committen und auch dranbleiben? Also ich war so im letzten Jahr, also so in meinem Abi-Jahr. Und ich dachte mir dann natürlich, okay, ich will jetzt irgendwie das Abi, jetzt habe ich schon diese ganzen 13 Jahre nervige Schule hinter mir. Jetzt will ich mein Abi auch machen und halbwegs okay machen. Und dann war ich aber so voll irgendwie clueless, was soll ich jetzt machen? Weil meine Eltern waren natürlich auch so, ah, vielleicht kann ich Jura oder BWL oder so bei mir, was genau so wie bei dir. Ich dachte mir so, Gott, ich werde das so schlecht sein, weil ich kann mich da nicht konzentrieren und mich da hinsetzen und es dann auswendig lernen. Und dann ist meine Mama zu mir, zu so einer Berufsberatung gab es da irgendwie oder Studienberatung irgendwo beim Arbeitsamt oder so gegangen während diesem Schuljahr. Und denen habe ich halt so erzählt, was mich interessiert und dann haben wir so einen Testgau gemacht und so. Und dann meinten die so, ja, es gibt einen Studiengang in München, das ist Modejournalismus. Und also Journalismus hat mich schon immer total interessiert und ich wusste aber nicht, dass man das eben irgendwie mit Fashion halt kombinieren kann. Und dann haben die aber gesagt, das ist eine Privatschule. Und dann dachte ich mir, okay, vergiss es. Weil ich bin aus einer ganz normalen Familie, dachte ich mir, das wird eh nix, das können wir uns nicht leisten. Und dann war meine Mama halt total cool. Uli meinte dann, pass auf, wenn es dein Wunsch ist, dann kriegen wir das hin. Dann kriegst du halt keinen Gauschenk zum Abi. Du musst halt die ganze Zeit nebenher arbeiten, dass du dich halt mitfinanzierst. Aber Ausbildung ist immer das Allerwichtigste und so haben wir es dann gemacht. Und das war aber für mich dann auch so dieses, okay, das kostet jetzt irgendwie Geld und so. Und dann habe ich mich total zum Streber entwickelt auf einmal. Man hat dich nicht mehr wiedererkennt. Nee, im Studium wirklich war es total anders. Ich habe mich sogar in den Sommerferien davor schon weitergebildet, dass ich voll für mein Studium vorbereitet bin. Und so das hat total die Örken-Piefer-App-Volimente. Look at you. Man kann noch eine Verwandlung hinlegen, wenn man nur was findet, was einen begeistert. Richtig schön zu hören. Und wie kam dann die Idee zu West Wing? Also saßt du eines Nachmittags irgendwie in der Bibliothek und dachtest dir, wie kann ich mein Geld verdienen? Wo sehe ich mich später? Oder was war so der erste Impuls? Also ich habe während dem Studium ein Praktikum gemacht in einer PR-Agentur. Und die wurde von zwei Frauen geführt. Und ich fand das total cool. Und da war es das erste Mal so, dass ich gedacht habe, okay, ich würde auch gerne mal so mein eigenes Ding machen. Ich finde das irgendwie cool. Die haben mir damals einen super Radkorb gegeben und meinten, geh erstmal raus in die Welt, geh in eine Firma, wo du was lernen kannst. Und deshalb dachte ich mir dann, okay, ich mache jetzt mal so eine klassische Journalismus-Laufbahn. Hatte dann auch wirklich, was mich wahnsinnig aufreut hat, ein Volontariat bekommen bei der EL hier in München. Super. Das war wirklich eine ganz tolle Erfahrung. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Und dann war ich da so, ich glaube, fünf Jahre. Und dann fing es irgendwie wieder so an in mir, dass ich so angefangen habe zu überlegen. Ich wollte das doch eigentlich mal irgendwie was machen. Und habe mir dann so ein paar Konzepte überlegt. Habe die dann auch wieder verworfen. Ich hatte mal so ein Konzept für ein T-Shirt-Label und was weiß ich nicht alles. Und dann Interior und die Idee zu bestigen war das, was mich richtig begeistert hat. Weil ich einfach gedacht habe, okay, sowas gibt es einfach noch nicht. Und ich würde da selbst gerne einkaufen. Und ich finde, es ist immer so das beste Feeling auch so, wenn man irgendwie was gründen will. Was vermisse ich denn? Wo wäre ich Kundin oder Kunde? Ja. Und das hast du dann ganz allein gemacht? Nee, absolut nicht alleine. Würde ich auch ganz ehrlich niemandem empfehlen, was alleine zu machen. Wir waren Gründerteam damals mit unterschiedlichen Stärken. Das heißt Business, Tech, Marketing. Und meine Rolle war ja alles, was um Kreativität geht, um Kundenexperience. Und fiel natürlich auch, wie setzen wir die Website auf? Wie ist das ganze Konzept? Mit welchen Brands wollen wir arbeiten? Und so also super, super kreativ und ja, also total spannende Zeit einfach. Ja. Wie haben deine Eltern reagiert, als du ihnen von der Idee erzählt hast? Ja, ich habe mit meinen Eltern dann natürlich drüber gesprochen, weil ich hatte einen festen Job. Ich war damals dann Redakteurin. Und die waren am Anfang natürlich schon so ein bisschen skeptisch. Und meinten dann aber so, pass auf, wir als Eltern müssten dir eigentlich immer dazu raten, dass du so bei der sicheren Bank bleibst. Auf der anderen Seite, du bist, ich war damals 26, du bist jetzt 26, du hast noch keine Kinder, du hast keine Wohnung, die du abbezahlen musst. Wenn du was machen willst, dann machst du es jetzt, weil später wirst du es nicht mehr machen. Ja, und das war ein guter Rat. Und der zweite Rat tatsächlich von meiner Mama war, stell dir einfach so das Worst-Case-Szenario vor, wenn es nicht klappt, ja. Was machst du dann? Und dann dachte ich mir, okay, ich habe jetzt ein paar Jahre Erfahrung als Journalistin. Zur Not kann ich dann ein bisschen Freelance arbeiten und werde wahrscheinlich dann irgendwie wieder was finden. Und dann habe ich so den Schritt ins, wie sagt man, nee, Sprung ins Kalte Wasser gewagt, ja. Cool. Und hattest du direkt einen Namen vor Augen oder wie bist du auf West Wing gekommen? Ich hatte erst den Namen Portobello Home. Das war so ein bisschen inspiriert vom Portobello Market, weil ich dachte mir, ich will es so machen, dass man zu uns auf die Website kommt und man findet Dinge, von denen man irgendwie noch nicht gedacht hat, dass man die gerne hätte oder dass es die gibt. Und dann dachte ich so an Portobello Market, ja, so als sinnbildlich für so einen tollen Flow, Antiquitätenmarkt. Und es ging dann aber nicht aus markenrechtlichen Gründen. Das ist alles viel komplizierter, als ich vorher gedacht habe, leider. Und dann war ich total deprimiert und mir fiel kein Name ein. Und dann waren wir schon irgendwie, unser Team, wir waren dann schon im ersten Office und wir hatten immer noch keinen Namen. Und dann war ich irgendwann so, okay, mir muss jetzt irgendein Name einfallen, ja. Und dann dachte ich mir, an einem Abend, ich gehe heute nicht nach Hause, bis mir dieser Name einfällt. Und dann war es irgendwie, ich weiß nicht, zwei Uhr nachts oder so, und dann habe ich mir so angefangen zu beilegen, was sind so die Teile von einem Haus und so oder von einem Schloss oder so. Und dann dachte ich irgendwann so, okay, so Wing, so der Western Wing, das ist so von einem schönen Haus. Und so, und für mich war es halt auch immer super wichtig, vielleicht kann ich das noch dazu sagen, A, dass der Name international ist, also dass der gut verständlich ist in verschiedenen Sprachen. Und B, dass es ein Name ist, der klingt wie eine Brand, also nicht wie einfach wie irgendeine Zusammenstellung aus Silben oder irgendwie so ein Internet-Domain-Name, sondern dass es wirklich klingt wie eine Brand. Ja, das ist dir auf jeden Fall gelungen. Dankeschön. Wie lange hat das denn gedauert? Also wie können wir uns das vorstellen? Von der ersten Idee und bis ihr dann in eurem ersten Office saßt, bis dann die Website online war und du wirklich gemerkt hast, ich habe einfach eine eigene Brand ins Leben gerufen. Also die Idee war Anfang 2011, sowas. Und wir waren dann, wir hatten dann unseren Soft-Launch im August, also relativ schnell. Und waren dann sozusagen richtig offen, so für Public, oder wie sage ich das jetzt? Für Kunden. Für Kunden, genau. Wir haben ja bei West Wing, das weißt du ja, wir haben ja Englisch als Firmensprache. Und ich tappe wirklich tatsächlich manchmal in die Falle, dass ich dann in so ein komisches Denglisch falle. Nicht schlimm. Danke. Wir waren im September, waren wir dann sozusagen für alle, ja, online, ja. Wow. Und kannst du dich noch an irgendetwas oder irgendjemanden erinnern, der dich immer unterstützt hat oder inspiriert hat in der Zeit? Also definitiv meine Familie, also meine Eltern, meine Schwester haben mich immer super unterstützt. Und auch meine Freundinnen, muss ich sagen, weil gerade in so einer Gründungsphase ist man halt schon sehr eingespannt und auch sehr mit sich selbst beschäftigt. Und die waren da super verständnisvoll und haben ja aber auch immer geholfen, dann mal wieder so runterzukommen, ja. Und mal irgendwie so, ja, einfach mal zu quatschen, ein Glas Wein zusammen zu trinken und einfach mal durchzuatmen. Und raus aus der Bubble zu kommen so ein bisschen. Genau. Hattest du in der Zeit auch Ängste oder Zweifel? Weil ich glaube, viele Gründer und Gründerinnen heutzutage haben einfach diese Ängste, diese Verlustängste, Zukunftsängste, finanzielle Sorgen vielleicht auch. Wie war das bei dir? Ja, also ich hatte auch total viele Ängste, klar. Bei mir war es eigentlich so, gerade am Anfang, es gab so ein, es war eigentlich, es war so ein krasser Rhythmus. Also ich habe einen Tag gedacht, boah, es wird voll gut und das wird super. Und am nächsten Tag bin ich nach Hause gegangen und habe mir gedacht, es wird nie was, es wird eine Katastrophe und so. Oh Mann. Ja, also das war total ein Auf und Ab der Gefühle am Anfang. Und lustigerweise erzählen mir das ganz viele Gründer auch, mit denen ich spreche, dass bei denen am Anfang auch so war, dass sie so gerade am einen Tag, ja, alles super, der nächste Tag, alles Katastrophe. Hattest du, also was war deine größte Angst? Du hast ja auch erzählt, dass deine Mama dir gesagt hat, was ist das Worst-Case-Szenario und wie gehst du damit um? Gab es so eine Angst, die du einfach immer im Hinterkopf hattest? Also am Anfang war es für mich einfach so, okay, was mache ich dann, bin ich dann total pleite, ich habe dann kein Einkommen. Und dann hat sich das aber relativ schnell verändert, sobald wir dann angefangen hatten, auch unser Team zu haben, weil du bist ja dann verantwortlich für andere Leute. Und wir hatten auch relativ schnell Investments, dann bist du verantwortlich für das Geld von deinen Investoren. Und ich wollte einfach niemanden enttäuschen, weißt du, wie ich meine? Und das war für mich so meine Panik, dass ich gerade dachte, was ist, wenn ich alle enttäusche? Weil es dann nicht mehr nur um dich geht. Gab es irgendwelche Rückschläge in der Anfangszeit, also irgendwas, woran du dich erinnern kannst, was einfach nicht so geklappt hat, wie du es dir vorgestellt hast? Oder vielleicht auch, ich glaube, das kennen auch viele Gründerinnen und Gründer, dass man vielleicht einen Geschäftspartner hat und der einen irgendwie enttäuscht und man dann irgendwie die ganze Firma wieder alleine großziehen muss? Also wir hatten super viele Sachen, die einfach nicht geklappt haben, das ist total normal. Also von, was ich gerade erzählt habe, von dem Namen, ja, da ich versucht irgendwie, der war irgendwie vergeben, da habe ich da angerufen, ob das möglich wäre, das nur für unsere Website die Erlaubnis zu bekommen. Der war dann total unfreundlich, am Telefon habe ich erstmal geheult. So halt, bis zu Sachen wie, Gott, wir hatten dann vor Weihnachten, hatten wir einfach super viele Bestellungen, was total cool war. Wir waren total überfordert mit der ganzen Logistik, haben dann voll vieles dann falsch verschickt und so. Und du bist halt irgendwie, du versuchst es irgendwie so sehr richtig zu machen und es gehen trotzdem so viele Sachen schief. Ja, oder ich weiß auch noch ganz genau, ich hatte halt, ich hatte halt auch so ein bisschen die Vision, ich will mit West Wing so stylemäßig auch was anderes machen, ja. Und ich will nicht nur irgendwie, damals war halt alles irgendwie so grau und so super clean irgendwie in Deutschland an was so Interior angeht. Ich habe halt versucht so Farbe und Muster und irgendwie kleine Brands und so weiter reinzubringen. Und dann hatte ich irgendwie auch ziemlich schnell irgendwie nach ein paar Tagen schon einen Anruf von einem Investor so, ja, was macht dir denn da, das wird in Deutschland keiner kaufen, das sieht total amerikanisch aus. Und dann denkst du dir das schon voll so, Gott, was ist jetzt, wenn ich irgendwie total falsch liege und so, ja. Also das hat mich schon alles halt natürlich verunsichert, das eine, aber ich glaube, wenn man halt sich immer auch so überlegt, okay, was fühlt sich für mich richtig an, was würde ich persönlich gerne kaufen und so. Also das hat mir total geholfen, ja. Was würdest du denn anderen Frauen raten, die gründen wollen? Also ich würde sagen, Nummer eins, ich würde was machen, was mich persönlich interessiert. Ich finde es so viel wert, wenn man für die Materie ein Verständnis hat. Weil, schau mal, wenn ich jetzt zum Beispiel Autoreifen machen würde, ja, da müsste ich mich ständig, also hätte ich überhaupt keine Ahnung, ja. Ich würde überhaupt nicht so, um mich da reinzudenken oder so oder weiß nicht, ich würde Bohrmaschinen verkaufen oder so, da hätte ich einfach keine Ahnung, ja. Ja, was ist da wichtig, was wollen die Kunden und Kundinnen und so weiter. Also das finde ich super wichtig. Dann das Zweite, ich würde, und ich glaube, das ist gerade bei Frauen oft ein Thema, wir Frauen denken oft, wir müssen immer alles können. Und wenn wir merken, wir haben irgendwie Schwächen oder können was einfach nicht, dann fühlen wir uns so total schnell so, es klappt eh nicht, weil ich kann das ja nicht, ja. Aber das ist total normal, keiner kann alles können, ja, deshalb hat man ja ein Team. Und wenn du jetzt gesund bist, du musst nicht der perfekte CTO sein. Ich habe überhaupt bis heute überhaupt null Plan vom Proximieren oder so, ja, also wirklich null. Und wir haben zum Glück ein Mega-CTO, ja, und hat nochmal tolle, von Anfang an einfach tolle Leute im Team, die das übernehmen. Und ich glaube, das ist total wichtig, dass man sich das halt vor Augen hält, ich muss nicht alles total perfekt können, ja. Ich glaube, das wären so die wichtigsten Sachen, ja. Ja, da hast du schon recht, ich glaube, man kann schnell abgeschreckt werden, dadurch, dass man sich denkt, ich sehe die und die Person, die was gegründet hat und die scheint das alles zu können. Und dann, warum sollte ich dann mit was anfangen? Man kann sich ja die Knowledge oder das Know-how und die Skills auch einkaufen oder mit ins Team holen. Total, und es ist auch so normal, dass dann schief geht und es sieht immer nach außen alles total easy und cool aus. Aber egal, mit wem ich spreche, ich habe ja auch viele Freundinnen, die ihre eigenen Companies haben und so, es ist immer alles, es sieht immer alles viel perfekter aus. Und dann, wenn man so spricht, ist so, oh Gott, bei mir ist wieder totales Chaos. Da kommst du, bringst du mich schon auf die nächste Frage. Wie würdest du dich denn als Person beschreiben? Also bist du jemand, der sehr strukturiert und sortiert ist oder bist du eigentlich so eine kleine Chaos-Queen? Also ich würde sagen, ich bin eigentlich im Herzen die totale Chaos-Queen. Aber ich habe mich sozusagen angepasst über die Zeit und habe das gelernt, mich zu strukturieren. Weil wir haben einfach mittlerweile ein großes Team und eine große Company. Und da müssen die Sachen einfach strukturiert laufen, weil sonst sind alle total verwirrt. Aber wenn du jetzt sagst, auf einer Skala bin ich nicht die Nummer eins strukturierte. Musste auch nicht sein. Das funktioniert ja auch so. Wie sieht denn dein beruflicher Kalender aus? Ich weiß ja, dass du nach unserem Interview direkt wieder weiter musst und den nächsten Termin hast. Wie sieht so ein Tag bei dir aus? Wie voll ist der? Was steht da alles an? Ja, also meine Tage sind eigentlich immer echt richtig, richtig voll. Das ist einfach echt immer noch nicht machbar, auch nicht nach fast 13 Jahren. Wobei ich versuche mir schon jetzt ein bisschen mehr manchmal Auszeiten zu nehmen, weil ich halt merke, weißt du, am Anfang war es halt in der Firma so, war es ganz wichtig, dass ich halt ganz viel und einfach im Tagesgeschäft extrem viel war. Ja, mittlerweile haben wir so ein tolles Team, die viele Dinge auch viel besser können als ich. Und da ist es für mich dann manchmal eher wichtig, mir Gedanken zu machen, wie ist jetzt die Strategie für nächstes Jahr und was machen wir hier? Und mit unserem CEO Andreas viel auf mich auszutauschen und zu überlegen, was sind die nächsten Steps für die Firma? Ja, deshalb ist es für mich eher so eine Challenge zu sagen, wie kann ich mir so kleine Auszeiten nehmen, die nicht komplett durchgetaktet sind. Und jetzt heute einfach noch den ganzen Tag Termine durch bis abends. Genau, wobei heute Abend traf ich eine Freundin zum Abendessen, das traue ich mich sehr. Das sei dir auch gegönnt, vor allen Dingen, wenn du schon mal in München bist. Genau, ja. Irgendwas wollte ich gerade fragen, was mir da gerade noch dazu eingefallen ist. Ach so, genau. Und zwar habe ich mal den Spruch gehört, dass ein guter Leader oder ein guter Unternehmer oder Leiter oder wie auch immer, ist eigentlich derjenige, der sich ersetzbar macht. Weil wenn du nicht ersetzbar bist und an jeder Ecke braucht man dich noch, um das Mikro zu richten und die Kamera aufzustellen, dann funktioniert ja nichts ohne dich und dann rödelst du ja 24-7 durch. Und auch wenn du jetzt sagst, du hast ein tolles Team und du hast da sogar Leute, die manche Sachen besser machen als du, dann ist es ja optimal umgesetzt. Ja, also für mich war das auch ein wichtiges Learning, weil gerade, wenn man das so selbst anfängt und es fängt und es ist auch so ein bisschen das Baby, was man hat, da denkt man am Anfang, es geht nicht ohne mich und ich muss überall rein schauen und so. Aber was du dann eigentlich nur machst, ist Micromanagen. Ja, und alle verrückt machen und man muss das Team empowern und das Team ist ja auch, die haben ganz andere Expertise als ich, ja. Natürlich kann ich sagen, ich schaue mir mal unsere Social Media Channels an, ja. Aber meine Expertise im Vergleich zu unserem Team ist so gering, ja. Wir haben so tolle Experten, deshalb ist es total wichtig, dass man sagt, wer kann was im Team, wo sind die sozusagen Accountabilities, Responsibilities. Und ja, und wie du sagst, eben dieses, dass man sich einfach in vielen Dingen ersetzbar macht, ja. Wie vereinbarst du denn deine Arbeit, deinen Beruf, dein Unternehmen mit deinem Familienleben? Also für mich war es eine krasse Umstellung, muss ich sagen. Ich hätte nie gedacht, dass es so eine krasse Umstellung ist mit Kids. Ja, kannst du einmal das vorher beschreiben und das nachher? Also vorher, da ging es halt um mich und meine Arbeit und meinen Hund, ja. Ja, und das war relativ easy, ja. Und mein Mann war damals noch in Kanada, ich war in München, wir hatten eine Fernbeziehung. Dann haben wir uns halt alle drei Wochen oder so mal gesehen, das war total toll. Sind wir toll essen gegangen, alles super, so. Dann haben wir unsere Tochter bekommen, zur gleichen Zeit hat Pandemie angefangen. Dann saßen wir erst mal zwei aus. Herzlichen Glückwunsch. Und ja, und jetzt natürlich haben wir jetzt zwei Kinder und ich bin natürlich super busy mit Westing, aber für mich ist es extrem wichtig, eine Mama zu sein, die selbst präsent ist, ja, im Leben meiner Kinder. Ja, deshalb, ich gestalte meinen Tag schon so, dass wir, also meine, dass ich meine Kids morgens, die gehen dann in ihre Kita, dass wir morgens eben unsere Momente zusammen haben und dass, wenn die kommen, ich hole die ab oder mein Mann holt die ab, dass wir haben dann wirklich Family Time. Also die kommen irgendwie um, weiß ich, fünf oder so nach Hause und dann haben wir Family Time für die nächsten drei Stunden, bis die ins Bett gehen, super intensiv. Und am Wochenende, ich habe früher immer am Wochenende gearbeitet und jetzt ist für mich am Wochenende Family Time, ja. Das ist dann auch heilig, da komme ich dazwischen. Ja, also ich mache mal dann, wenn die irgendwie ihren Mittagsschlaf machen oder so, mache ich dann mal eine E-Mails und mal ein paar Sachen. Und ich muss ja wirklich sagen, mir hat es auch für die Arbeit echt gut getan, weil ich war halt vorher immer in meinem so Hamster-Wheel, ja. Und jetzt schalte ich am Wochenende ab und dann kommen mir da einfach so, dann kommen manchmal die Ideen einfach so, Zugerflogen, so. Wir haben jetzt letzten Sonntag, wir haben so einen Gemüsegarten angelegt letzten Sonntag und dann kommst du einfach auf andere Ideen und du kriegst den Kopf rein und das ist echt cool. Aber also das klingt jetzt alles sehr schön, aber natürlich ist es auch oft echt ultra stressig, ja, so mit zwei kleinen Kids und irgendwie, dass man alles so allen recht machen will. Ja, glaube ich dir total, vor allen Dingen in dem Alter, in dem deine Kinder auch sind, da, ich weiß nicht, bist du viel im Homeoffice oder? Ja, ja, ja. Und da kriegen das wahrscheinlich auch mit und das dann manchmal zu trennen ist wahrscheinlich auch schwierig oder? Also jetzt geht's, die sind jetzt in der Kita und dann kann ich da konzentriert arbeiten, das ist echt super. Aber das wissen alle Eltern, die kommen dann nach Hause und dann hast du irgendwie Kids mit irgendwie, meine sind jetzt eins und drei und wir versuchen dann irgendwie Abendessen zusammen zu machen. Und manchmal brüllen beide einfach eine Viertelstunde durch, ja, du denkst ja so, alter Schwede, oh Gott. Ja, es ist einfach, ja, es ist halt manchmal anstrengend. Ja, gehört dazu. Genau. Wie ist es, wenn du, weil ihr pendelt ja zwischen Deutschland und Portugal, wie ist es, wenn du jetzt wie heute beruflich in München bist, nimmst du dann die Kids jedes Mal mit oder bleibt dann dein Mann zu Hause und hält die Fahne hoch? Also ich versuche immer so ein bisschen zu entscheiden, was ist am besten für die Kids, ja, wenn ich jetzt kurz in München bin, jetzt bin ich drei Tage da, dann bleiben die zu Hause bei meinem Mann. Ich schaue dann oft, dass zum Beispiel meine Mama auch mit da ist oder mein Papa, dass die so ein bisschen mit da sind. Wenn wir jetzt länger da sind, dann nehme ich sie mit, weil das ist dann für mich auch irgendwie voll schwer so natürlich. Also es kommt so ein bisschen drauf an, ich versuche, wie Gott sagt immer, zu entscheiden, was ist am besten für die Kids. Was hast du denn für positive oder auch negative Erfahrungen gemacht, wenn es ums Thema Verantwortung abgeben geht, also speziell auf der Arbeit? Du hast ja schon gesagt, du bist überall deine Experten und hast ein tolles Team, aber hattest du da auch mal irgendwie negative Erfahrungen? Ja, klar, also ich meine, das sind immer negative Erfahrungen, das kommt auch mit. Du hast manchmal Leute, wo das super klappt, manchmal hast du Leute, wo es nicht so gut klappt. Dann hast du auch manchmal, und es ist auch gar nicht positiv oder negativ, manchmal hat man einfach unterschiedliches Verständnis oder unterschiedliche Visionen irgendwie von Dingen oder eine unterschiedliche Arbeitsweise. Also das ist, glaube ich, ganz normal. Ich glaube, da sollte man sich auch nicht entmutigen lassen. Das ist einfach ganz normaler Teil des Ganzen, ja. Hat dich dein Familienleben dazu inspiriert, irgendwelche Dinge auch bei West Wing zu verändern? Mich hat es definitiv inspiriert, viele unserer Items nochmal Family und kinderfreundlicher zu machen. Also wir sitzen jetzt hier gerade auf einer hellen Couch und also es geht mit meinen Kids, die wissen, also so grundsätzlich, die essen auch hier ihren Joghurt und so abends, wenn die ja, weil meine Kinder schauen auch manchmal abends Netflix an. So, aber dann, die essen auch hier ihren Joghurt, ich lege dann halt irgendwie so ein bisschen Küchentuch oder sowas drunter. Aber das ist zum Beispiel was, ich will jetzt viel mehr Items auch machen mit Stoffen, die halt, es gibt so diese Easy-Care-Stoffe, die du halt viel einfacher abwischen kannst und so, ja. Oder auch unsere Couch-Tische, dass die kinderfreundlicher sind und so, weil wenn du so zwei kleine Chaoten zu Hause hast für dich, du musst halt echt aufpassen. Ja, ja. Und Thema Verantwortung im Unternehmen, ne? Ich meine, du warst ja vorher CEO, oder? Nee, ich war nie CEO, was auch gut ist, weil ich hab nie BWL studiert und wenn du CEO bist, hast du einfach bestimmte Verantwortlichkeiten, wo ich auch sagen würde, es ist nicht meine Stärke, ja. Und da ist es auch besser, dass ich es nicht mache. Man muss immer überlegen, was ist das Beste für so ein Unternehmen. Ja, aber gab es da irgendwie, also ich hab das mitbekommen, dass es anscheinend ein bisschen schwieriger war in dieser, ich weiß nicht, Vorstandsposition oder in der Elternzeit, dass es da irgendwie auf jeden Fall nicht so leicht ist für werdende Mamas wie vielleicht für Männer in dem Bereich. Ja, also das war so, das war eigentlich ganz interessant, also wir sind ja an der Börse in Frankfurt seit 2018 und ich war da im Vorstand und was wir alle nicht wussten, also weder ich noch unser Aufsichtsrat, niemand eigentlich, dass du, du hattest bis dato, konntest du als Vorständin keine Elternzeit nehmen. Das war einfach nur, weil du hast, wenn du Vorstand bist, ich hoffe, ich drück's jetzt richtig aus, da hast du quasi die Pflicht, dass du immer verfügbar bist für die Firma, ja. Das heißt, theoretisch, wenn irgendwas Wichtiges wäre, müsstest du auch am Tag deiner Entbindung in die Firma kommen können, was natürlich nicht möglich ist. So, und das kam vorher nie auf, weil es gab einfach, also es klingt jetzt total doof, aber es gab einfach wohl keine Vorständin im, ich sag mal, in einem Alter, die irgendwie ein Kind bekommen hatte. Wahnsinn, ja. Also es waren halt entweder Männer oder die wenigen Frauen, die es gab, waren vielleicht ein bisschen älter oder so und deshalb kam halt bei mir das Thema auf und ich hab das nur einmal dann irgendwie angesprochen und es hat dann so die sozusagen echt Wellen geschlagen. Und die Verena Paus, seine Freundin von mir, hat sich dann der Sache angenommen und das Gesetz ist jetzt tatsächlich geändert, also du kannst jetzt in Elternzeit gehen als Vorstand, was finde ich echt total cool ist. Ich hab mir jetzt danach entschieden, nicht mehr in den Vorstand zu gehen, einfach weil es für mich mehr Sinn gemacht hat, ja, weil irgendwie, ich war jetzt eine Zeit lang draußen, ich bin auch, weißt du, dadurch, dass ich Gründerin bin, ich bin sehr super eng mit unserem Aufsichtsrat, mit unserem CEO und so, deshalb war es jetzt für mich nicht mehr necessary, aber ich glaub, das ist nicht mehr notwendig, sorry, jetzt heißt schon wieder so ein komisches englisches Wort, aber ich glaub, gerade für Vorständinnen, die vielleicht keine Gründerinnen sind und nicht so präsent sind, auch wie ich bin, ja, ich bin ja auch sehr privilegiert, weil ich halt einfach, dadurch, dass ich Gründerin bin, dass ich öfters auch in der Presse bin, bin ich halt präsenter, aber wenn du es halt nicht bist, ja, du bist halt irgendwo Vorständin, Und hast darauf hingearbeitet, ne? Genau, dann ist das, finde ich, schon ein Problem und da freu ich mich sehr, dass es jetzt anders geredet ist. Ja, da kannst du auch richtig stolz auf dich sein, das ist was richtig Tolles, was du damit geschafft hast und wirklich revolutionär, weil das gab's ja vorher nicht. Dankeschön, wobei ich muss sagen, das Kompliment geht an Verena und ihr Team weiter, weil die haben sich dafür eingesetzt, ich hab echt nichts gemacht, ich hab das Thema einfach nur einmal angesprochen. Es muss immer jemanden geben, der sagt, so kann das nicht funktionieren, weil man selber in der Position ist und es gibt auch viele Situationen, wo man es sich vielleicht selber bequemer macht und sagt, ach so, das geht nicht, ja gut, dann geh ich halt, ne? Ja, wir kommen jetzt schon zum Ende. Was hättest du denn rückblickend anders gemacht und gibt's irgendetwas, worauf du besonders stolz bist bei West Wing? Hm, was hätt ich anders gemacht? Ich glaube, ich hätt mich am Anfang, weil ich jetzt zurückblicke, vielleicht manchmal ein bisschen noch mehr trauen sollen, meine Überzeugung zu sagen. Also ich finde, wir haben am Anfang, manches haben einfach zu schnell und zu unüberlegt gemacht, das würde ich vielleicht anders machen heute. Worauf bin ich besonders stolz? Ich würde sagen, West Wing Collection ist schon was, auf das ich sehr stolz bin, weil wir einfach, ich glaube, wir haben es geschafft, eine Linie zu kreieren, die Produkte hat, die einfach so dieses, diese Magic irgendwie Balance haben aus super tolles Design, richtig gute Qualität, sehr hoher Anteil an Sustainability und aber auch noch einen Preis, den man sich noch leisten kann. Ja, absolut. Und immer wieder sorgt ihr dafür, dass ich mir neue Sachen kaufen muss, dass so viele Sachen in der Wunschliste landen. Ja, allerletzte Frage, du hast ja schon Tipps an Gründerinnen gegeben, deswegen, darauf will ich gar nicht nochmal eingehen, aber welche Botschaft hättest du für die Delia von damals, für die junge Delia, vielleicht mit 26 oder sogar noch jünger, was würdest du ihr gerne sagen? Würde ich sagen, trau dich einfach noch ein bisschen mehr auf dein Bauchgefühl zu hören, trau dich noch mehr das zu machen und das zu sagen, was du denkst, was richtig ist und lass dich ein bisschen weniger einschüchtern. Ja, das ist so gut. Das nehme ich auch für mich mit. Vielen, vielen Dank, Delia, dass wir hier bei dir zu Hause sitzen durften. Ich fand das Gespräch super angenehm. Ich habe sehr viel für mich mitgenommen. Ja, danke dir. Es hat viel Spaß gemacht. Danke schön. Und dann sind wir auch schon am Ende angelangt. Falls euch diese Folge gefallen hat, dann lasst es uns doch gerne wissen. Abonniert den West Wing Kanal und schreibt uns gerne in die Kommentare, was euch daran gefallen hat oder welche Themen und Menschen euch noch interessieren würden. Ansonsten könnt ihr den Podcast natürlich auch als Audio-Version überall da hören, wo es Podcasts gibt. Mit Video gibt es das nur hier auf YouTube, ganz exklusiv. Und alle drei Wochen kommt eine neue Folge raus. Und ansonsten würde ich sagen, bis ganz bald. Ciao.